Oskar hat sehr viele Tiere. Ein Frisch, ein Kanarienvogel. Neulich hat er eine Ente gefunden. Oskar fragt seine Mutter, darf ich sie behalten? Nein Oskar, das geht nicht. Du hast schon so viele Tiere. Oskar ging auf die Straße und fand zwei Landsträcher. Oskar fragt, wollt ihr wollen, wir schlafen. Wenn deine Eltern es erlauben. Oskar ging mit Bert und Elter nach Hause. Später ging Oskar ins Bett. Am nächsten Morgen wollen Oskars Eltern Essen machen. Also holen Oskars Eltern neue Klamotten für Bert und Elter. Die Landsträcher wollen keine neuen Klamotten. Dann hatten die Landsträcher keine Lust. Sie verabschieden sich von Oskar und gingen.